Die Hanseboot-Ancora Bootschip ist die größte In-Water-Show in Deutschland und ich würde sagen eine der größten in Nordeuropa. Das bezieht sich einmal auf die Anzahl, aber auch auf die Größe der Boote. Wir sind bei 180 in diesem Jahr, so viel hatten wir noch nie. Und das ist natürlich einer der Zeichen, dass es sich über die Jahre gut entwickelt hat. Wir sind nicht nur in der Anzahl der Booten oder auch in den Pagoden gewachsen. Da sind wir auch am Ende bei den Pagoden, haben wir 90 Pagoden in diesem Jahr. Mehr können wir nicht, deswegen haben wir die Ausstellungshalle dazu genommen, die jetzt anderthalb Jahre frisch eröffnet. Natürlich eine tolle Halle, ist mit einer ganzen Glasfront ideal für eine Anteilnahme an dieser Messer als solches. Wir haben sie mit eingebaut, wir haben sie angeboten, sie wurde auch angenommen und das heißt, wir haben auch in dieser Richtung uns in der Fläche nochmal vergrößert. Wenn man das Wetter heute sieht, kann man natürlich sagen, kann des Nordens. Ich glaube, vom Wetter her gibt es nichts Besseres. Der Wind, wunderbar, es ist ein toller Tag am Meer, den man heute hier verbringen kann. Gerade im Motorjacht-Bereich oder auch im Kadamaran-Bereich, da haben wir Yachten, die um die 1,5 Millionen liegen. Da ist natürlich schon ein bisschen Luxus dabei, aber passend für die Ostsee. Das muss man immer dazu sagen, das wird nicht übertrieben. Hier passt das wunderbar und eben auch sehr gut zu dieser Marina. Was das Ideale hier ausmacht, ist, dass wir eben auch für Einsteiger viel bieten. Kleine Boote, gerade auch im Segelboot-Bereich, aber im Motorboot-Bereich auch, weil das natürlich der wachsende Markt schlechthin ist. Viele lieben das und deswegen ist das auch so erfolgreich hier. Also ganz klar ist, dass wir mit der Ancora Marina einen tollen Partner haben, sodass wir über die nächsten Jahre planen und die Hanseboot-Ancora Bootsche wird sich mit Sicherheit in den Bereich Yacht entwickeln, um genau dieses Angebot, was man in den Hallen nicht mehr so gut kann, weil das einfach zu teuer ist in der Logistik, dass wir das hier bieten können, auch weil die Marken hier vertreten sind. Und in diese Richtung werden wir uns entwickeln, aber wir werden immer auch den Bereich Einsteiger kleine Boote haben, weil das ist einfach passend zur Ostsee. Und was wir noch sagen können, ist, dass wir über die nächsten Jahre, ich denke, gute Partner auch im Bereich Katamarane, das ist mit Sicherheit einer der wachsenden Märkte, da werden wir in jedem Fall noch zulegen oder freuen wir uns drauf.